Was geht ab, meine Bestofrendos? Wir kommen heute mal zu einem Thema, über welches jeder von euch schon mal nachgedacht hat. Und zwar geht es hier mal um die Anime-Welten. Es gibt Anime-Welten fast zu jeder Fantasievorstellung, die wir uns ausmalen können. Von Piratenbuchten zu Gilden, sowie aber auch virtuelle Welten, Welten mit Monstern, Dämonen oder sogar einfach mit menschenfressenden Titanen. Natürlich gibt es aber auch eher die, in Anführungszeichen, normaleren Kulissen, wo einfach die Anime-Charaktere in die Schule gehen oder so. Heute befassen wir uns aber eher mit dieser Vielfalt von den Welten. Die größte Vielfalt und die unterschiedlichsten Orte mit bunten Plätzchen zeigen hier wahrscheinlich Serien wie One Piece, Sword Art Online oder natürlich Filme wie die ganze Ghibli-Reihe. Und wenn wir an gefährliche Orte denken, dann fallen uns wahrscheinlich direkt Animes ein wie Attack on Titan, Demon Slayer, Tokyo Ghoul und viele weitere. Doch eine Frage stellt sich mir hier und bestimmt dem einen oder anderen von euch auch immer wieder. In welcher Anime-Welt würdest du gerne leben? Natürlich ist so etwas von der Kraft her abhängen. Also ich meine natürlich, ob wir mit Fähigkeiten in die Welt geboren werden, gezogen werden, wie auch immer. Wenn es zum Beispiel ein Isekai-Anime wäre, naja, dann würden wahrscheinlich die einen oder anderen von uns die Sache so genießen oder auch vielleicht ein bisschen anders. Ich persönlich fand diese Frage so interessant, dass ich mir bei der Ani-Night einige meiner Jungs rausgesucht habe, um sie das zu fragen. Direkt im Anschluss dachte ich mir, warum nicht auch gleich einige der Besucher fragen. Denn das sind sozusagen die Leute, von denen ich noch gar nicht weiß, wie deren Anime-Geschmack ist. Und deshalb habe ich mich auf den Weg gemacht, um das herauszufinden. Ja, mit meinem Intro. Auf gar keinen Fall. Ezek und Titan, aber außerhalb der Mauer, safe. Wenn wir gerade so, woher war das, woher war das? Wer hier nicht mit Highschool Didi antwortet, ist meiner Meinung nach ein verlorener Mann. Oh mein Gott. Bruder, du lebst in einem Harem. Das Genre, du guckst ein Anime, ist Harem. Rias oder Akino? Meine Mama guckt ja eine Videos. Ja, okay. Mama, by the way. Rias. Bei Attack on Titan werde ich abgemetzelt. Tokyo Ghoul werde ich auch gegessen. Kuno meinte Highschool Didi. Eigentlich meinte er Prison School, aber wir haben privat darüber geredet. Er meinte eigentlich Prison School, aber er wollte es nicht in dem Video sagen. Habe ich Spezialfähigkeiten dann. Das wird jetzt keiner verstehen, aber die ganze Zeit... Ey, der Erste, der aber so gefragt hat. Klug. Mahio Academia. Einfach, weil ich, und ich hoffe dann, dass ich ein mega geiles Quark habe. Welche Quark hat das denn dann? Das Quark, weil ich auch in Real Life habe. Macht das Licht aus Unsichtbarkeit. Ich würde gerne eine LB von Digi Me Frontier leben. Digi Me Frontier. Weil ich selbst Digimon wendele. Ich werde da gut jemanden sein. Ehrlich, ich will gerne da, weil... Ich schlange aber an Tieren und ich darf das. Bruder, deine Verwandtschaft f***t doch. Aber Ese ist kein Problem. Ja, ich weiß es. Der Pokémon, Bruder. Mit 10 Jahren brauchst du nicht mehr arbeiten, geht anscheinend, Bruder. Das ist doch mein Leben. Das ist doch mein Leben, Bruder. Ich sage euch ehrlich, da ich selber Kampfsport betreibe, würde ich gerne in der Welt von Hajime no Ipo leben. Das ist richtig geil. Aber wenn ich noch eine Welt wählen könnte, dann würde ich gerne in der Digimon-Welt leben. Das ist geil. Bilan hat das, glaube ich, gesagt. Digimon ist geil, stellt euch mal vor, aber in der Frontier-Welt, wo du selber ein Digimon werden kannst. Ja, genau das hat Bilal gesagt. Ich schlange aber an Tieren und ich darf das. Oh, Digimon Slayer. Obwohl, müsste man kämpfen können. Ich weiß nicht, ob ich so gut dran bin. Ah, ein Digimon Slayer wäre es schon. Von der Ästhetik her wäre es tatsächlich sehr schön. Und Chiros Leiden, Reise ins Zauberland werden wahrscheinlich auch. Aber ich mag das Wandel-Schloss viel mehr. In Konoha. Ja. Weil ich sehr gerne ein Ninja wäre. So wie Naruto und so weiter. Und ich würde gerne mit Neji-Yuga und so weiter arbeiten. Aber bevor der Halt... Ja, ja, alles klar. Bevor... Wir wissen alle. No Game, No Life. Einfach geil. Die ganze Welt von No Game, Burn. Es ist auch gut. Ich muss auch sagen, No Game, No Life. Auf jeden Fall. Pokémon. Man wird nicht älter. Du kannst mit deinen Freunden reisen. Du musst nicht in die Schule. Du musst nicht arbeiten. Du verdienst dein Geld durch Pokémon-Kämpfe. Und du lebst einfach das gute Leben. Du reißt die ganze Zeit. Ich schwöre, du musst nicht die ganze Zeit kämpfen oder um dein Leben irgendwas. Du bist einfach gechillt. Einfach gechillt. Hast deine Haustiere. Ja, Mann. Chills mit denen. Ein Vokado hätte ich dir gerne. Das ist wirklich eine geile Antwort sogar. Ich schwöre, ja. Pokémon ist eine gute Antwort. Also so vom Flair her würde ich glaube, Strangball ist eigentlich voll cool da, die Welt. Die Charaktere sind cool. Da die Familien und so, alles richtig geil. Aber One Piece ist geil, weil die alle Dicken haben. Da würde ich glaube ich bei One Piece... Und da würdest du dich eher schon für die weiblichen Merkmale entscheiden. Ja, da kann man sich ein bisschen mehr austoben. Die sind da ein bisschen freizügiger auch, weil das Wetter einmal mitspielt. Es gibt Leute, die entscheiden nach Kräften und so. Eher entscheidend nach weiblichen Vorzüge. Das ist auch gut. Ja, Freunde. Ihr habt es von denen gehört. Jeder von ihnen hat seine eigenen Vorstellungen. Wobei einige sich natürlich da auch überschneiden. Ich persönlich muss sagen, ich glaube, mit die coolste Welt überhaupt wäre natürlich One Piece. Aber auch der Gedanke daran, in der Welt von Pokémon zu leben, ist zum Beispiel einer der Ideen, die mir auch persönlich sehr gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr hattet Spaß dran. Schreibt mir gerne in die Kommentare, in welcher Welt ihr gerne leben würdet. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Euer Megure. Ich bedanke mich fürs Zuschauen.